Moin Leute, ihr kennt bestimmt alle die Position Russian Tie. Heute zeige ich euch drei Techniken aus dem Russian Tie und wie ihr aus dieser Position euren Gegner auf die Bretter schicken könnt. Let's go! Okay Leute, dann starten wir direkt mit der ersten Technik. Wir gehen jetzt immer davon aus, dass unser Partner hier ein Collateral hat. Okay, das ist unser Einstieg in unseren Russian Tie. Das heißt, was ich als erstes mache, ich greife hier mit meiner freien rechten Hand Philips Handgelenk. Okay, und die linke Schulter fängt hier an, seinen Griff zu brechen. Wenn ich jetzt nur hier brechen würde, könnte ich vielleicht den Griff loswerden, aber ich hätte die Hand nicht. Die Hand will natürlich danach kontrollieren. Also ich bin hier, ich greife und ich breche den Griff und ich habe direkt Kontrolle. Okay, mit der linken Hand gehe ich an seinen Oberarm. Von hier fangen wir an mit Kutsushi, also im Endeffekt mit Gleichgewichtsbruch. Das heißt, ich kann hier für meinen Uchimata einsteigen. Philipp steht von hier auf einem Bein und dann würde ich weitergehen zum Ankelpick. Nochmal ein bisschen schneller. Ich bin hier, ich greife, ich gehe für meinen Uchimata und ich hole mir hier meinen Takedown. Okay, zur zweiten Technik. Wir starten wieder wie eben, das heißt, unser Einstück bleibt hier gleich. Ich greife Philips Handgelenk, ich rotiere meine Schulter rein, um den Griff zu brechen und wir sind wieder in unserer Ausgangsposition. Von hier kann ich auch wieder Kutsushi machen. Das ist immer generell eine gute Idee. Also Kutsushi, einfach ein anderes Wort für Gleichgewichtsbruch. Ich bringe Philipp hier außer Balance, indem ich hier mit meinem Uchimata reingehe. Von hier ist es, ich strecke seine Hand durch mit der Hand, mit der ich ihn hier greife und kontrolliere und gehe hier gleichzeitig zum Single Leg. Von hier greife ich seinen Wein. Ich komme in meinen High Single. Wir haben eine ganze Reihe an Variationsvideos zu Single Legs schon für euch abgefilmt. Markieren wir euch hier oder verlinken wir euch hier. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und von hier habe ich meine Möglichkeiten, Philipp relativ leicht auf den Boden zu bringen. Okay, jetzt kommen wir auch schon zu unserer dritten und letzten Technik. Das heißt, wir starten wieder in unserem Setup. Ich habe mir hier meinen Russian Tire pummeled und Philipp fängt an, mit seinem freien Arm mich wegzufragen. Okay, das kann ein Problem werden, wenn ich von hier aus nichts mache, wie das früher oder später schaffen, den Griff hier zu lösen und wir haben im Prinzip unseren Russian Tire verloren. Das heißt, genau, wenn wir jetzt schon im Russian Tire sind, wir haben hier unsere Position und Philipp fängt an zu framen, will ich im Prinzip mit den Armen, ich kontrolliere ja seinen Arm mit zwei Armen von mir, will ich seinen Arm hochschmeißen gegen seinen eigenen Arm und das dann nutzen, dass seine Arme weg sind, um im Prinzip seine Beine anzugreifen. Mit Singles, mit Double Legs habt ihr die freie Wahl. Das sieht dann wie folgt aus. Und wir kriegen unseren Take Down. Okay, das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns doch gerne mit einem Daumen nach oben wissen und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Techniken aus dem Russian Tire kennt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.